Jetzt ist der Kollege Lercher da. Bitte sehr, wahrscheinlich in den Startlöchern, Herr Abgeordneter, Sie sind an Bord. Wir benehmen die Startlöcher. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Frau Ministerin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, die Clubobfrau Maurer war es, die heute gesprochen hat, davon, dass wir eine nicht faktenbasierte Diskussion hier führen. Ich möchte Ihnen einen Fakt sagen, der mir aufgefallen ist bei der gesamten Debatte heute. Fakt ist, Sie spüren die alltäglichen Sorgen der Österreicherinnen und Österreicher schon lange nicht mehr. Und dieses Faktum zeigt sich in der Debatte und auch in den Maßnahmen, die Sie uns vorlegen. Denn der Kollege Krainer hat vollkommen zu Recht vorgerechnet, Sie machen jetzt noch angesichts dieser Krise mit dem Finanzminister Gewinn. Wir wollen keinen Gutschein, wir wollen einen Preisdeckel und Steuersenkungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen einen Staat, der in dieser Krise bereit ist einzugreifen. Einen Sozialstaat, der die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler beschützt angesichts der dramatischen Lage. Wir wollen einen Staat, der den Menschen die Sicherheit gibt. Die wissen nämlich nicht mehr, was tun. Jetzt kommen die Stromrechnungen und alles nach der Reihe und die müssen entscheiden, was wird zuerst bezahlt. Geht sich die Waschmaschine noch aus? Können meine Kinder auf Schulskikurs fahren? Das sind existenzielle Probleme. Und die erwarten sich jetzt rasches, entschlossenes Handeln, damit sie nicht komplett in die Armut abrutschen. Damit dort nicht komplette Familien zerstört werden. Und wissen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, dort, dort soll man hinhören. Die brauchen keine abstrakte Debatte über irgendwelche Gesetze, die vielleicht irgendwann einmal 150 Euro Gutschein bringen. Die brauchen jetzt einen Systemwandel. Und das vermisse ich an ihren gesamten Maßnahmen. Sie kleben ein Pflaster dorthin, ein weiteres da. Aber es gibt keine Debatte darüber, wie dieser Wirtschaftsraum heute noch hier funktioniert. Es braucht nämlich jetzt neue Regeln für unseren Wirtschaftsraum, der es für die alltäglichen Leistungsträgerinnen und Leistungsträger sichert. Und nicht für ihre Spenderinnen und Spender. Denn wenn die Sorgen und Nöte haben, da ist die Empathie da, da wird gemacht, da werden Milliarden ausgeschüttet. Aber wenn die Bevölkerung in diesem Land sie braucht, dann werden sie im Stich gelassen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das werfe ich Ihnen vor. Aber die Maßnahmen zur Spekulationsbekämpfung, Maßnahmen für eine neue Marktlogik, die debattieren Sie nicht. Die müssten wir aber gemeinsam debattieren. Denn was hier gerade von Ihnen passiert ist, Sie sehen gerade unglaublich viel Wind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hoffentlich ernten wir gemeinsam nicht einen gewaltigen Sturm. Dem müssen wir begegnen. Bitte handeln Sie. Applaus Vielen Dank.